Abschnitt 1 von Der Spieler. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Spieler von Fjodor Dostoevsky. Übersetzt von August Scholz. Abschnitt 1. Nach 14-tägiger Abwesenheit bin ich endlich zurückgekehrt. Unsere Herrschaften befinden sich schon seit drei Tagen in Roulettenburg. Ich dachte, dass sie mich Gott weiß, wie sehnsüchtig erwarten würden, doch war ich im Irrtum. Der General blickte äußerst selbstbewusst rein, sprach mit mir sehr von oben herab und schickte mich bald zu seiner Schwester. Es unterlag keinem Zweifel, dass sie irgendwoher Geld bekommen hatten. Es schien mir sogar, als ob der General sich ein klein wenig vor mir schämte. Ich begab mich in das Zimmer seiner Schwester. Maja Filipovna war sehr beschäftigt und hörte meinen Bericht nur ganz flüchtig an. Das Geld jedoch nahm sie und zählte es sogleich vor meinen Augen nach. Zum Diner wurde Marquis de Crier und außerdem irgendein Engländer erwartet. Es musste wie gewöhnlich hoch hergehen, ganz nach Moskauer Art, denn es war ja Geld da. Polina Alexandrovna fragte, als sie mich sah, weshalb ich so lange geblieben wäre, ging jedoch fort, ohne eine Antwort abzuwarten. Natürlich hat sie das absichtlich getan. Wir müssen uns jedoch einmal aussprechen. Es hat sich während meiner Abwesenheit recht viel angesammelt. Man wies mir ein kleines Zimmerchen im vierten Stockwerk des Hotels an. Es heißt hier, dass ich zur Suite des Generals gehöre. Es scheint nach allem, dass es ihnen gelungen ist, von sich reden zu machen. Den General hält man hier allgemein für einen sehr reichen russischen Magnaten. Noch vor dem Mittagessen hatte er mir den Auftrag gegeben, 2000 Franc-Billets zu wechseln. Ich wechselte sie im Controir des Hotels. Jetzt wird man uns sicher als Millionäre betrachten, wenigstens eine Woche lang. Ich wollte Mischa und Nadia mit mir nehmen und mit ihnen spazieren gehen. Auf der Treppe jedoch rief man mich zum General. Er hatte es für gut befunden, sich zu erkundigen, wohin ich mit ihnen ginge. Dieser Mensch kann mir in der Tat nicht offen in die Augen sehen. Er möchte es wohl sehr gern, doch begegne ich ihm jedes Mal mit einem so durchdringenden, respektwidrigen Blicke, dass er fast in Verwirrung gerät. In schwülstigen, gespreizten Worten, die zuletzt ziemlich konfus wurden, gab er mir zu verstehen, dass ich mit den Kindern nicht in der Nähe des Kurhauses bleiben, sondern weiter in den Park hineingehen sollte. Er redete sich schließlich in einen heftigen Ärger hinein und bemerkte in schroffen Tone, Sie sind womöglich imstande, die Kinder in den Spielsaal an die Roulette zu führen. Entschuldigen Sie nur, fügte er hinzu, aber ich weiß, dass sie ziemlich leichtsinnig und unüberlegt genug sind, um sich aufs Spielen einzulassen. Nun, ich bin zwar nicht Ihr Mentor und habe durchaus keine Lust, die Rolle eines solchen auf mich zu nehmen, doch darf ich jedenfalls verlangen, dass sie mich sozusagen nicht kompromittieren. Aber ich habe ja gar kein Geld, antwortete ich ruhig. Um Geld zu verspielen, muss man doch erst welches besitzen. Sie werden sofort Ihr Geld bekommen, versetzte der General mit leichtem Erröten. Er stöberte in seinen Schreibtische umher und sah in einem Notizbuche nach. Es erwies sich, dass ich gegen 120 Rubel Silber bei ihm gut hatte. »Ja, wie wollen wir das machen?« wandte er sich an mich. »Wir müssen das Geld in Thaler umrechnen. Nun, da nehmen Sie vorläufig in runder Summe 100 Thaler. Der Rest wird Ihnen nicht verloren gehen.« Schweigend steckte ich das Geld ein. »Nehmen Sie nur bitte meine Worte nicht übel, Sie sind so empfindlich. Wenn ich Ihnen vorhin etwas sagte, so geschah es nur, um Sie gewissermaßen zu warnen, und dazu habe ich doch wohl einiges recht.« Als ich vor dem Diner mit den Kindern nach Hause zurückkehrte, begegnete ich einer ganzen Kavalkade. Unsere Herrschaften hatten mit einigen Bekannten einen Ausflug gemacht, um irgendwo in der Nähe eine Ruine in Augenschein zu nehmen. Zwei prächtige Kaleschen, und was für Pferde! Mademoiselle Blanche saß mit Maja Philippowna und Paulina in dem einen Wagen, der Franzose, der Engländer und unser General trabten hoch zu Ross neben ihnen her. Die Spaziergänger blieben stehen und schauten ihnen nach. Sie machten entschieden Effekt, wenn das nur dem General nicht schlecht bekommt. Ich berechnete, dass sie mit den 4000 Fr., welche ich gebracht hatte, und der Summe, die sie offenbar hier aufgenommen hatten, zusammen etwa 7000 bis 8000 Fr. haben konnten. Das ist doch recht wenig für Mademoiselle Blanche. Mademoiselle Blanche logiert gleichfalls zusammen mit ihrer Mutter in unserem Hotel. Auch der Franzose scheint hier irgendwo zu wohnen. Die Kellner nennen ihn Herr Graf und die Mutter der Mademoiselle Blanche Frau Gräfin. Vielleicht sind sie wirklich Graf und Gräfin. Ich wusste, dass der General mich schwerlich mit dem Grafen bekannt machen würde, denn der Graf hat in Russland gelebt und weiß, was für ein nichtssagendes Geschöpf ein Uchitel ist. Und dennoch kenne ich den Herrn Grafen, und auch er kennt mich ganz gut, obwohl er jedenfalls sich so stellen wird, als ob es nicht der Fall wäre. Nun, wie es ihm beliebt. Zum Mittagessen erschien ich unaufgefordert. Der General hatte mich jedenfalls vergessen. Sonst hätte er mich sicherlich an die Table d'Ott geschickt. Er schien ziemlich unzufrieden, als er mich erblickte, aber die gute Maja Filipovna wies mir ohne weiteres einen Platz an. Ich sah mich um und war sogleich aus aller Verlegenheit. In dem eingeladenen Engländer erkannte ich sofort Mr. Astley, einen alten Bekannten. So war ich doch nicht ganz verloren in der Gesellschaft. Diesen merkwürdigen Engländer hatte ich das erste Mal auf einer preußischen Eisenbahn im Coupé gesehen, als ich unseren Herrschaften nachreiste. Dann traf ich an der französischen Grenze mit ihm zusammen, zuletzt war ich ihm in der Schweiz begegnet und nun sollte ich ihn plötzlich hier in Roulettenburg wiedersehen. Niemals im Leben habe ich einen verschämteren Menschen kennengelernt. Er ist verschämt bis zur Albernheit und ist sich dessen natürlich auch bewusst, denn er ist keineswegs dumm. Dabei ist er sehr sanft und liebenswürdig. Ich hatte sogleich beim ersten Zusammentreffen in Preußen ein Gespräch mit ihm angeknüpft. Er erzählte mir, dass er im Sommer am Nordkap gewesen sei und dass er gar zu gern zur großen Messe nach Nischninowgorod reisen möchte. Ich weiß nicht, wie er mit dem General bekannt geworden sein mag. Es scheint, dass er in Polina sterblich verliebt ist. Er ist feuerrot geworden, als sie eintrat. Er war sehr erfreut, dass ich mich bei Tische neben ihm setzte und scheint mich bereits als seinen Busenfreund zu betrachten. Die Gesellschaft hatte Platz genommen. Der Franzose nahm den Mund sehr voll und betrug sich überhaupt gegen alle sehr aufgeblasen und geringschätzig. Und doch weiß ich genau, dass er in den Moskauer Salons den Hans Wurst spielte und die Leute mit Seifenblasen belustigte. Er sprach sehr viel von Finanzen und von russischer Politik. Der General wagte ihm bisweilen zu widersprechen, doch tat er es in bescheidener Weise mehr zum Scheine, um sich seine Würde nicht ganz zu vergeben. Ich befand mich in einer merkwürdigen Gemütsverfassung. Wohl zum hundertsten Male stellte ich mir die Frage, weshalb ich mich eigentlich mit diesem General herumschleppe und nicht schon längst davon gelaufen bin. Bisweilen warf ich einen Blick nach Polina Alexandrovna. Sie schien mich durchaus nicht zu bemerken. Das Ende vom Liede war, dass ich wütend wurde und den Grobian zu spielen beschloss. Ich begann damit, dass ich mich ganz plötzlich laut und unaufgefordert in die Unterhaltung mischte. Namentlich hatte ich es auf den Franzosen abgesehen. Ich unterbrach ihn ohne weiteres und bemerkte, indem ich mich an den General wandte, dass es in diesem Sommer für einen Russen ganz unmöglich gewesen sei, sich irgendwo im Hotel an die Table dort zu setzen. Der General betrachtete mich ganz verwundert. Wenn man auch nur einige Selbstachtung besitzt, fuhr ich fort, dann kann man ganz bestimmt gewärtigen, von dem ersten Besten mit Beleidigungen und moralischen Nasenstübern traktiert zu werden. In Paris, am Rhein, in der Schweiz, überall wimmelt es von Polen und das übrige Publikum, namentlich die Herren Franzosen, nehmen so offen für sie Partei, dass ein Russe einfach den Mund halten muss, wenn er sich nicht Unannehmlichkeiten aussetzen will. Ich hatte Französisch gesprochen. Der General sah mich ganz verdutzt an und war sichtlich im Zweifel darüber, ob er auf mich böse werden oder nur darüber staunen sollte, dass ich mich so vergessen konnte. Es scheint, dass man ihnen irgendwo eine tüchtige Lektion erteilt hat, bemerkte der Franzose in verächtlichem Tone. Ich hatte in Paris einen Streit mit einem Polen, antwortete ich, und mit einem französischen Offizier, der dem Polen beistand. Die übrigen Franzosen jedoch stellten sich auf meine Seite, als ich ihnen nämlich erzählte, dass ich dem päpstlichen Nunzius in den Kaffee spucken wollte. Was, in den Kaffee spucken? fragte der General ganz verblüfft, indem er sich rings im Kreise umsah. Der Franzose blickte mich ungläubig an. Allerdings in den Kaffee spucken, versetzte ich. Ich glaubte nämlich, ich würde in ihren Angelegenheiten einen Abstecher nach Rom machen müssen, und so begab ich mich in die Kanzlei des päpstlichen Nunzius in Paris, um meinen Pass visieren zu lassen. Dort empfing mich ein Abbe von etwa 50 Jahren mit einer ausgedörrten, frostigen Physiognomie. Er hörte mich höflich an und bat mich dann, in trockenem Tone ein wenig zu warten. Ich hatte es zwar eilig, doch setzte ich mich schließlich, nahm eine französische Zeitung aus der Tasche und begann die Schmähungen zu lesen, mit welchen dieselbe uns Russen bewarf. Da hörte ich auf einmal, dass jemand durch das anstoßende Zimmer sich zu Monsignore begab und sah, wie mein Abbe sich vor dem Ankömmlingen verbeugte. Ich wandte mich nochmals an ihn mit meiner Bitte, und er ersuchte mich in noch trockenerem Tone zu warten. Nach einer Weile erschien wieder jemand, dem Anschein nach ein Österreicher, der ein geschäftliches Anliegen hatte und ohne weiteres zum Nunzius vorgelassen wurde. Das brachte mich vollends auf. Ich erhob mich, trat an den Abbe heran und sagte ihm mit entschiedenem Tone, dass, wenn Monsignore empfängt, er auch meine Angelegenheit erledigen könne. Der Abbe trat ganz erstaunt einen Schritt zurück, als ob er nicht Begriffe, wie ein elender Russe in dieser Art mit ihm sprechen konnte, und sagte wegwerfend, indem er mich vom Kopfe bis zu den Füßen maß, »Sie glauben also, dass Monsignore sich ihretwegen beim Kaffee stören lassen wird?« Da begann auch ich zu schreien, und zwar noch lauter als der Herr Abbe. »So wissen Sie denn,« rief ich, »dass ich auf den Kaffee ihres Monsignore einfach spucke. Wenn Sie mir nicht sofort meinen Pass in Ordnung bringen lassen, will ich ihm selber meinen Besuch machen.« »Was? In dem Augenblick, da der Kardinal bei ihm ist?« schrie der Abbe ganz starr verschrecken, indem er sich mit ausgebreiteten Armen vor der Tür aufpflanzte, als ob er eher sterben, als mich vorlassen wollte. Da erklärte ich ihm, dass ich ein Ketzer und ein Barbar sei, und dass mir alle diese Erzbischöfe, Kardinäle und Monsignore im höchsten Grade gleichgültig wären. Meine Miene belehrte ihn, dass ich von meinem Vorhaben durchaus nicht abstehen würde, so nahm er denn, indem er mir einen Blick voll grenzenlosen Hasses zuwarf meinen Pass und trug ihn nach oben zu Monsignore. Eine Minute später war alles in Ordnung. »Da, wollen Sie sich das Ding einmal ansehen?« Ich zog den Pass heraus und zeigte Ihnen das Siegel des Nunzius. »Hm, Sie haben da eigentlich«, begann der General. »Nur das hat sie gerettet, dass Sie sich ihm als Barbar und Ketzer vorgestellt haben«, bemerkte lachend der Franzose. »Das war gar nicht so dumm.« »Weiter sind wir Russen also nichts in ihren Augen? Aber freilich, wir sind selber schuld, dass man so von uns denkt. Da sitzen sie nun, unsere lieben Landsleute und wagen nicht zu mucken und möchten es am liebsten ganz verleugnen, dass sie Russen sind. Nun, mit mir wenigstens ist man in Paris etwas glimpflicher umgegangen. Als ich meinen Streit mit dem AB erzählte, trat der dicke polnische Edelmann, mein größter Feind an der Table d'Ordre, sehr bald in den Hintergrund. Ich hatte gewonnenes Spiel und die Herren Franzosen waren nicht einmal böse, als ich ihnen eine Geschichte von einem alten Russen zum Besten gab, den ich selbst vor zwei Jahren gesehen habe und dem im Jahre 1812 ein französischer Jäger ohne jeden Anlass, einzig um sein Gewehr zu entladen, eine Kugel ins Gesicht geschossen hatte. Dieser Russe, damals ein zehnjähriger Knabe, war während des Brandes mit seinen Eltern in der Stadt geblieben, da es zur Flucht schon zu spät war. Das kann unmöglich wahr sein, rief der Franzose heftig aus. Ein französischer Soldat wird niemals auf ein Kind schießen. Und doch ist es geschehen, versetzte ich. Und der, dem es passierte, ist ein verabschiedeter Kapitän, ein höchst ehrenwerter Mann, der heute noch lebt. Ich selbst habe die Schussnarbe auf seiner Backe gesehen. Der Franzose begann rasch und lebhaft zu widersprechen. Der General leistete ihm Beistand, ich aber empfahl ihm, sich besser über den Gegenstand zu unterrichten, beispielsweise das Tagebuch des Generals Perowski zu lesen, der sich im Jahre 1812 in der Gefangenschaft der Franzosen befand. Um dem Gespräche eine andere Wendung zu geben, mischte sich auch Maja Filipowna in die Unterhaltung. Der General war sehr unzufrieden mit mir, mein Streit mit dem Franzosen war nämlich bald ziemlich laut geworden. Nur Mr. Astley schien an demselben Gefallen zu finden. Als wir uns von der Tafel erhoben, bat er mich, mit ihm zusammen noch ein Glas Wein zu trinken. Gegen Abend fand ich auch Gelegenheit, mit Polina Alexandrowna ein Viertelstündchen zu sprechen. Sie hatte sich mit der übrigen Gesellschaft in den Park begeben und auf einer Bank gegenüber der Fontäne Platz genommen. Sie schickten der Denker, die in ihrer Obhut war, zu einer in der Nähe spielenden Kinderschar und ich gab Mischa die Erlaubnis, zur Fontäne zu gehen. Wir waren allein. Zuerst hatten wir eine geschäftliche Angelegenheit zu ordnen. Ich übergab ihr 700 Gulden, die ich in einer Pariser Pfandleihe auf ihre Brillanten bekommen hatte. Polina war ganz außer sich vor Ärger. Sie hatte zumindest auf 2000 Gulden oder gar noch mehr gerechnet. Ich brauche Geld, Geld um jeden Preis, sagte sie, sonst bin ich einfach verloren. Es muss durchaus herbeigeschafft werden. Ich fragte sie, was alles während meiner Abwesenheit vorgefallen wäre. Nichts Besonderes, nur aus Petersburg sind zwei wichtige Nachrichten angelangt. Zuerst, dass es mit der Großmutter in Moskau sehr schlecht steht und dann, zwei Tage darauf, dass sie wahrscheinlich schon gestorben ist. Letztere Mitteilung kommt von Timofei Petrovic, der ein sehr zuverlässiger Mann ist. Wir erwarten nun eine letzte, endgültige Nachricht. Alle Welt schwebt hier also gewissermaßen in Erwartung, fragte ich. So ist es. Seit einem halben Jahre war das die letzte Hoffnung. Haben auch Sie gehofft, fragte ich. Ich bin ja gar nicht mit ihr verwandt. Ich bin doch nur die Stieftochter des Generals. Ich weiß indessen ziemlich bestimmt, dass sie mich in ihrem Testament nicht vergessen hat. Ich glaube, sie wird Ihnen ein hübsches Legat aussetzen, sagte ich in überzeugtem Tone. Ja, sie hatte mich gern. Aber wie kommen Sie denn zu dieser Vermutung? Sagen Sie einmal, versetzte ich statt der Antwort. Unser Makida scheint gleichfalls in alle Familiengeheimnisse eingeweiht zu sein. Was für ein Interesse haben Sie denn danach zu fragen, sagte Polina, indem sie mich streng ansah. Ei, das wäre doch, wenn mich nicht alles trügt, hat der General bereits Geld von ihm entliehen. Sie haben es erraten. Nun, und würde er wohl etwas gegeben haben, wenn er nichts von der Großmutter wüsste? Hörten Sie nicht, wie er bei Tische wohl dreimal von ihr als der Babulinka sprach? Was für vertrauliche, freundschaftliche Beziehungen. Ja, Sie haben recht. Und wenn er erst hört, dass auch ich etwas von der Babulinka erbe, wird er keinen Augenblick zögern, sich um meine Hand zu bewerben. Das ist es doch, was Sie erfahren wollten, nicht wahr? Er wird sich bewerben? Ich denke, er bewirbt sich schon lange. Sie wissen recht gut, dass das nicht der Fall ist, rauste Polina ärgerlich auf. Wo haben Sie denn diesen Engländer kennengelernt, fügte sie dann nach kurzem Stillschweigen hinzu. Wusste ich doch, dass Sie mich nach ihm fragen würden. Ich erzählte ihr von meinen früheren Begegnungen mit Mr. Erstley. Er ist sehr schüchtern und sehr verliebt. Ich glaube, Sie haben es ihm schon angetan. Ja, er ist in mich verliebt, entgegnete Polina. Nun, der ist mindestens zehnmal so reich wie der Franzose. Mit den Reichtümern dieses Letzteren scheint es überhaupt ziemlich unsicher zu stehen. Durchaus nicht unsicher. Er besitzt irgendwo ein Chateau. Noch gestern versicherte der General es ganz bestimmt. Nun, wissen Sie jetzt genug? An Ihrer Stelle würde ich jedenfalls den Engländer heiraten. Weshalb? fragte Polina. Der Franzose ist hübscher, aber sein Charakter ist gemeiner. Der Engländer dagegen ist, abgesehen von seinem Reichtum, auch sehr ehrenhaft. Allerdings, aber dafür ist der Franzose ein Marquis und besitzt Verstand, versetzte sie in ruhigstem Tone. Ist das Erste auch sicher? fuhr ich in meinen Nachforschungen fort. Ganz sicher. Polina fand offenbar keinen Gefallen an meinen Fragen. Ich sah, dass sie mich durch ihre schroffen Antworten einschüchtern wollte. Ich zögerte nicht, meine Vermutung auszusprechen. Ei, was schadet denn das? Es belustigt mich eben, dass sie sich ärgern. Schon dafür müssen sie bezahlen, dass ich ihnen erlaube, solche Fragen an mich zu stellen. Ich halte mich für durchaus berechtigt, ihnen jede Art von Fragen zu stellen, umso mehr, als ich bereit bin, ihnen jeden Preis für die Antworten zu zahlen. Ha, 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 lachte Polina. Ganz recht. Sie waren es ja, der sich auf dem Schlangenberge dazu erbot, sich auf mein erstes Wort hin kopfüber in den Abgrund zu stürzen, welcher dort, wie ich glaube, tausend Fuß tief ist. Warten Sie nur. Ich werde Sie noch einmal an dieses Wort erinnern. Wir wollen dann sehen, ob Sie wirklich jeden Preis zahlen werden. Oh, ich hasse Sie. Schon darum, weil ich Ihnen so viel gestattet habe und noch mehr, weil ich Ihrer so sehr bedarf. Wenn ich Sie jetzt schone, geschieht es eben nur deshalb, weil ich Ihrer noch bedarf. Sie erhob sich ganz erregt von Ihrem Platze. Unsere Gespräche hatten in der letzten Zeit immer damit geendet, dass sie ganz aufgebracht und böse wurde. Eine letzte Frage wandte ich mich nochmals an Sie. Wer ist diese Mademoiselle Blanche? Sie wissen selbst, wer sie ist. Die Dinge liegen ganz ebenso wie früher. Mademoiselle Blanche wird ohne Zweifel Frau Generalin werden, selbstverständlich nur, wenn das Gerücht von dem Tode der Großmutter sich bewahrheitet. Denn Mademoiselle Blanche und ihre Mutter und ihr Herr Cousin, der Marquis, wissen ganz genau, dass wir vollständig auf dem Trocknen sitzen. Der General ist also wirklich so leidenschaftlich in Sie verliebt? Das muss Ihnen ganz gleichgültig sein. Hören Sie, was ich Ihnen sage. Nehmen Sie diese 700 Gulden und gehen Sie in den Spielsaal. Gewinnen Sie für mich so viel, als Sie können, denn ich muss auf alle Fälle Geld haben. Nach diesen Worten rief Sina Denker heran und begab sich nach dem Kurhause, wo sie sich der übrigen Gesellschaft anschloss. Ich bog links in den ersten besten Seitenpfad ein und hing meinen Gedanken nach. Ihre Aufforderung, für sie zu spielen, hatte mich ganz verblüfft. Ich hatte wirklich sonstigen Stoff genug zum Nachdenken. Plötzlich jedoch ertappte ich mich bei einem alten Thema, das mich schon oft beschäftigt hatte. Ich analysierte meine Gefühle für Polina. Ich muss sagen, dass es mir während dieser zweiwöchentlichen Abwesenheit leichter zumute war, als jetzt am Tage meiner Rückkehr. Allerdings empfand ich unterwegs Sehnsucht und Herzleid. Ich gebärdete mich bisweilen wie ein Verrückter und sah sie beständig im Träumen wie im Wachen vor mir stehen. Einmal, es war in der Schweiz, war ich im Coupé eingeschlafen und muss wohl im Traume ihren Namen laut ausgesprochen haben. Wenigstens begannen meine Mitreisenden auf einmal zu lachen und hatten alle, als ich erwachte, ihre Blicke auf mich gerichtet. Noch einmal stellte ich mir jetzt die Frage, liebe ich sie oder nicht? Und noch immer war ich nicht imstande, diese Frage zu beantworten oder vielmehr, ich beantwortete sie zum hundertsten Male dahin, dass ich sie hasse und nicht liebe. Ja, sie war mir verhasst. Und es gab Augenblicke, namentlich, wenn unsere Gespräche zu zweien zu Ende gingen und sie mich mit ihrer gewohnten Rücksichtslosigkeit verhöhnte, Augenblicke, in denen ich mein halbes Leben dafür hingegeben haben würde, wenn ich sie hätte erdrosseln dürfen. Ich wäre imstande gewesen, ihr langsam Zoll für Zoll einen Dolch in die Brust zu geboren und hätte dabei ein tröstliches Gefühl der Wollust empfunden. Aber ebenso sicher hätte ich es fertiggebracht, mich auf ein einziges Wort aus ihrem Munde von der Aussicht auf dem Schlangenberge in den Abgrund hinabzustürzen und zwar mit eben demselben Gefühle der Wollust. Bei Gott, ich hätte keinen Augenblick gezögert. Nun, wie dem auch sei, die Sache muss so oder so entschieden werden. Sie begreift das alles sehr wohl und der Gedanke, dass ich die Unerfüllbarkeit meiner Fantasien kenne, dass ich ganz klar und deutlich weiß, wie unerreichbar hoch sie für mich dasteht, dieser Gedanke bereitet ihr sicherlich ein ganz besonderes Vergnügen. Wie könnte sie, die allen anderen gegenüber so vorsichtig und verständig ist, sich sonst mit mir in solche Offenheiten und Vertraulichkeiten einlassen? Ich glaube, sie hat mich bisher so betrachtet wie jene Kaiserin des Altertums, ihre Sklaven, in dessen Gegenwart sie sich entkleidete, in der Überzeugung, dass er kein Mensch sei. Oh ja, mehr als einmal hat auch sie mich behandelt, als ob ich kein Mensch wäre. Doch ich hatte ja von ihr den Auftrag, um jeden Preis an der Roulette für sie zu gewinnen. Ich hatte keine Zeit darüber nachzudenken, weshalb und wozu ich eigentlich gewinnen sollte und was für neue Vorstellungen in diesem ewig spekulierenden Kopf verentstanden sein mochten. Überdies hatte sich offenbar während meiner Abwesenheit so manche Tatsache ereignet, die mir noch nicht bekannt war. Alles das musste ich erforschen und erraten, und zwar so bald als möglich. Jetzt freilich war nicht die Zeit dazu. Ich musste mich beeilen, in den Spielsaal zu kommen. Ende von Abschnitt 1 Abschnitt 2 von Der Spieler von Fjodor Dostoevsky Übersetzt von August Scholz Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Offen gestanden war mir der Auftrag Polinas durchaus nicht angenehm. Ich war allerdings entschlossen, mein Glück im Spiele zu versuchen, aber auf meine eigene Rechnung, nicht für einen anderen. Ich geriet sogar ein wenig außer Fassung und betrat den Spielsaal in recht ärgerlicher Stimmung. Vom ersten Augenblick an missfiel mir alles in demselben. Ich kann dieses Lakaientum in den Feuilletons der Zeitungen, namentlich unserer russischen Zeitung, nicht leiden, die fast in jedem Frühjahr nur von zwei Dingen zu erzählen wissen. Erstens von der ungewöhnlichen Pracht und Großartigkeit der Spielsäle in den ausländischen Bädern und zweitens von den Haufen Goldes, die in diesen Spielsälen auf den Tischen umherliegen. Und dabei bezahlt man die Herren Zeitungsschreiber nicht einmal für ihre Dienstfertigkeit. Sie schreiben nur so aus barer Uneigennützigkeit, um ihre Leser in Erstaunen zu setzen. Ich habe durchaus keine Pracht in diesen erbärmlichen Sälen gefunden und von Gold sind gewöhnlich nicht nur keine Haufen, sondern kaum hier und da einige Spuren zu sehen. Ab und zu taucht wohl im Laufe der Saison irgendein Sonderling auf, ein Engländer oder Asiate oder, wie in diesem Jahre, ein Türke, der auf einmal eine große Summe verspielt oder gewinnt. Die alltägliche Masse der Spieler begnügt sich mit geringen Einsätzen, mit kleinem Geld sozusagen, und auf den Tischen sieht man in der Regel nur wenig Geld. Zum ersten Male in meinem Leben betrat ich einen Spielsaal, doch entschloss ich mich, nicht sogleich zu spielen. Überdies waren die Spieltische von zahlreichen Menschen belagert. Ich glaube, wenn ich allein in dem Saale gewesen wäre, würde ich nicht erst angefangen haben zu spielen, sondern sogleich wieder fortgegangen sein. Ich muss gestehen, dass mir das Herz klopfte und ich durchaus nicht kaltblütig war. Ich wusste ganz bestimmt und hatte es längst bei mir beschlossen, dass ich aus Roulettenburg nicht so fortkommen würde. Irgendein entscheidender Umschwung in meinen Schicksale wird sich ganz zweifellos hier vollziehen. So muss und so wird es sein. Wie lächerlich es auch scheinen mag, dass ich von der Roulette so viel für mich erhoffe, jedenfalls scheint mir die hergebrachte Meinung, dass es töricht und unsinnig sei, vom Spiele irgendetwas zu erwarten, noch törichter und unsinniger als meine Hoffnung. Weshalb sollte denn das Spiel schlechter sein, als jede andere Art von Gelderwerb, zum Beispiel der Handel? Allerdings ist es richtig, dass von hundert Spielern nur einer gewinnt. Aber was kümmert mich das schließlich, wenn ich nur dieser eine bin? Auf alle Fälle wollte ich zuerst nur den Zuschauerspielen und an diesem Abende nichts Ernsthaftes unternehmen. Wenn etwa an diesem Abend irgendetwas geschehen sollte, so würde es doch nur den Charakter des zufälligen Unerwarteten haben, so wenigstens hatte ich bei mir entschieden. Ich musste mich überdies mit dem Spiele selbst erst näher bekannt machen, denn trotz der tausend Beschreibungen des Roulettespiels, die ich von jeher mit solchem Eifer gelesen habe, verstand ich tatsächlich nichts von seinen Regeln, bis ich es selbst mit eigenen Augen gesehen hatte. Der erste Eindruck, den der Spielsaal auf mich machte, war recht hässlich und abstoßend. Ich spreche nicht von den habgierigen, erregten Gesichtern, welche zu Dutzenden, ja zu Hunderten die Spieltische umstehen. Ich kann in dem Wunsche recht schnell und recht viel zu gewinnen wirklich nichts abstoßendes erblicken. Für einen wohlgesättigten, im trocken sitzenden Moralisten mag es leicht sein, das Spiel zu tadeln, auch das Spiel mit kleinen Einsätzen, wie es so viele Leute lieben. Ich hörte einmal einen solchen Moralisten, wie er ganz besonders gegen dieses Spiel mit kleinen Einsätzen loszog, das doch nur kleinen Gewinn bringe. Was heißt überhaupt kleiner Gewinn? Was für ein Rotschild klein ist, das ist für mich vielleicht sehr groß, und was die Art des Gewinnes, den moralischen Charakter desselben anlangt, so will ich nur bemerken, dass doch schließlich alle geschäftlichen Beziehungen, wenn sie noch so ehrenwert aussehen, darauf hinauslaufen, dem Mitmenschen etwas zu nehmen, über ihn einen Vorteil zu erringen. Ob der Gewinn überhaupt moralisch ist oder nicht, das ist eine andere Frage, die ich hier nicht entscheiden mag. Mein eigener lebhafter Wunsch zu gewinnen, ließ mir jedenfalls die sogenannte schmutzige Seite des Spieles bei meinem Eintritt in den Saal weniger bedenklich erscheinen. Ich fand es im Gegenteil ganz reizend, dass die Menschen einander hier so offen und unverhüllt, so ohne jedes Zeremoniell gegenüber traten. Weshalb hätten sie einander auch blauen Dunst vormachen sollen? Im Ganzen schien mir die Beschäftigung dieser Leute freilich recht unsinnig und trostlos. Namentlich abstoßend wirkte auf mich beim ersten Anblick der Ernst, die Hochachtung und sogar Ehrfurcht, mit welcher dieses Gesindel die Tische umstand und den Gang des Spieles verfolgte. Man unterscheidet hier zwei Arten des Spieles, das plebäische Spiel, eben jenes Spiel des Gesindels, welches nur auf den Gewinn sieht, und das Gentlemanlike-Spiel, das sich allein für einen anständigen Menschen schickt. Diese Unterscheidung wird streng festgehalten, und wie albern ist sie doch im Grunde genommen. Der Gentleman darf zum Beispiel fünf oder zehn Louis d'Or selten mehr setzen, vielleicht auch tausend Francs, aber nur, wenn er sehr reich ist. Er tut es eben einzig um des Spieles, um der Unterhaltung willen. Er will nur sehen, wie sich der Prozess des Gewinns oder Verlierens gestalten wird. Der Gewinn selbst muss ihm vollkommen gleichgültig sein. Hat er gewonnen, so darf er beispielsweise laut auflachen, darf gegen irgendjemanden von den Umstehenden eine Bemerkung machen. Ja, er darf sogar noch einmal und noch einmal setzen, aber nur aus Neugierde, nur um die Chancen des Spieles zu studieren und zu berechnen. Alle diese Spieltische, ob nun Roulette oder Trente et Quarante an ihnen gespielt wird, darf er lediglich als leichte, amüsante Unterhaltung betrachten. Er darf von den Kniffen und Regeln, auf denen die Spielbank beruht, nicht einmal eine Ahnung haben. Er muss womöglich, wenn er sich nichts vergeben will, all dieses Gesindel, welches für seinen Gulden zittert, für ebenso reich und vornehm ebenso Gentleman-like halten, wie er selbst ist. Diese Unkenntnis der Wirklichkeit, diese naive Beurteilung des Spielerpublikums kennzeichnet den echten Aristokraten. Ich sah mehr als einmal, wie vornehme Mütter ihre unschuldigen, hübschen Töchterchen von 15 oder 16 Jahren vorschoben und sie gleichsam zur Probe ein paar Goldstücke setzen ließen. Und die jungen Damen gewannen oder verspielten, lächelten in beiden Fällen und entfernten sich mit höchst zufriedenem Gesichte. Auch unser General trat mit majestätischen Schritten an einen der Tische heran. Ein Saaldiener stürzte auf ihn zu, um ihm einen Stuhl zu reichen, doch schien er denselben gar nicht zu bemerken. Nachlässig zog er seine Börse heraus, nachlässig nahm er 300 Fr. in Gold aus derselben, setzte auf schwarz und gewann. Er ließ den Gewinn stehen und gewann zum zweiten Male. Nochmals setzte er die gewonnene Summe auf schwarz, doch gewann diesmal rot und er hatte 1200 Fr. verloren. Lächelnd verließ er den Tisch, er hatte die Probe bestanden, obschon ich fest davon überzeugt bin, dass sich sein Herz zusammenkrampfte und dass er bei einem Einsatz von 600 Fr. seine Aufregung nicht hätte verbergen können. Ein Franzose zu meiner Linken hat seine Sache jedenfalls besser gemacht. Er hatte bereits 30.000 Fr. gewonnen, verlor sie im Handumdrehen und ging heiter, ohne jede Spur einer Gemütserregung davon. Ein echter Gentleman darf selbst dann, wenn er sein ganzes Vermögen verspielt, seine Gefühle nicht verraten. Geld muss in seinen Augen so tief unter dem Gentlementum stehen, dass es für ihn fast überhaupt nicht in Betracht kommt. Ich sagte bereits, dass ein echter Aristokrat die übrige, zumeist plebäische Spielergesellschaft möglichst naiv, gleichsam vom unschuldigsten Standpunkte betrachten müsse und jedenfalls den Schmutz seiner Umgebung nicht bemerken dürfe. Nicht minder aristokratisch ist es jedoch, diesen Schmutz gleichsam aus der Perspektive durch die Lornette als eine Art belustigenden Zubehörs der Spieltische zu betrachten. Man nimmt alsdann sich selbst gewissermaßen von dieser Masse aus, die gleichsam zum Objekt herabsinkt, mit welchem das betrachtende Subjekt nichts mehr gemein hat. Freilich hat auch dieses Betrachten seine ganz bestimmte Grenze. Sich in das Studium dieser bunten Menge allzu sehr zu vertiefen, ihr eine allzu große Aufmerksamkeit zu widmen, ist jedenfalls nicht mehr Gentleman-like. Überhaupt gibt es wohl nur sehr wenige Erscheinungen, welcher Art auch immer, denen ein echter Gentleman seine besondere Aufmerksamkeit schenken dürfte. Mir selbst muss also etwas zum echten Gentleman fehlen? Wenigstens schien mir alles das, was ich in dem Spielsaal erblickte, mehr und mehr der Aufmerksamkeit wert. Allerdings war ich nicht bloß gekommen, um zu beobachten, sondern um mich ohne alle Umstände diesem plebäischen, gewinnsüchtigen Gesindel anzuschließen. Was meine tiefere moralische Überzeugung anlangt, so will ich hier von derselben, wie gesagt, gänzlich absehen. Mag es schon diesmal dabei sein, bewenden haben, ich will sehen, wie ich mich mit meinem Gewissen abfinde. Nur das eine will ich bemerken, dass ich in der letzten Zeit, seit ich mich dem Spiele ergeben habe, eine entschiedene Abneigung dagegen empfand, an meine Handlungen und Gedanken irgendeinen sittlichen Maßstab zu legen. Ein anderes Prinzip war es, das mich fortan beherrschte. Das Spiel der Plebeer macht wirklich einen recht widerwärtigen Eindruck. Ich möchte sogar behaupten, dass hier an den Spieltischen ein ganz gewöhnlicher Diebstahl gar nichts Seltenes ist. Die Groupiers, welche an den Enden der Tische sitzen, die Einsätze kontrollieren und die Gewinne auszahlen, haben ungeheuer viel Arbeit. Wie sollen sie da immer für Anstand und Ordnung sorgen? Es ist wirklich schwer, dieses Pack, das zumeist aus Franzosen besteht, auf die Dauer in Schranken zu behalten. Mehr als einmal bemerkte ich, dass plötzlich aus der Menge heraus eine Hand vorgestreckt wurde, die ohne weiteres nach dem Gelde griff, das, wie ich beschwören konnte, ein anderer gewonnen hatte. Man beginnt zu streiten und zu lärmen, und nun soll der Bestohlene einmal beweisen, dass es sein Geld war und nicht das des anderen. Anfangs erschienen mir alle diese Dinge als böhmische Dörfer. Ich erriet nur allmählich, dass man entweder auf bestimmte Zahlen und Zahlenreihen oder auf gerade und ungerade oder endlich auf Farben setzen konnte. Anmerkung. Die Einrichtung der Roulette ist aus der nebenstehenden Darstellung ersichtlich. Die 36 strahlenförmigen Fächer der Scheibe wechseln in den Farben Rot und Schwarz ab. Die Zahlen von 1 bis 36 sind in der Weise am Rande der Scheibe verteilt, dass auf zwei Gerade folgen und jede Gerade der vorhergehenden Ungeraden genau gegenübersteht. Zum Beispiel 2 gegenüber 1, 10 gegenüber 9, 28 gegenüber 27. Die erste Hälfte der Nummern, 1 bis 18, wird mit Monk, die zweite Hälfte, 19 bis 36, mit Pass bezeichnet. Ferner werden die Nummern eingeteilt in Du's Premier 1 bis 12, Du's Milieu 13 bis 24 und Du's Dernier 25 bis 36. Außer diesen gewöhnlichsten Sätzen gibt es noch zahlreiche andere Kombinationen, die sich aus der verschiedenartigen Zusammenstellung zweier oder mehrerer Zahlen ergeben. Die Gewinne sind bald einfach, bald zweifach und so weiter, je nach der Anzahl der Zahlen, die bei einer Kombination zusammengefasst werden. Wird zum Beispiel eine einfache Nummer besetzt, so beträgt der Gewinn das fünfunddreißigfache des Einsatzes. Rouge, Per, Monk und so weiter dagegen, die je 18 Nummern umfassen, gewinnen nur einfach. Der Übersetzer. Ende der Anmerkung. Von dem Gelde, das mir Polina Aleksandrowna gegeben hatte, wollte ich an diesem Abend nur 100 Gulden riskieren. Der Gedanke, dass ich meinen ersten Versuch für fremde Rechnung machte, brachte mich in einige Verwirrung. Ich hatte ein recht peinliches, beklemmendes Gefühl, dass ich so bald als möglich loszuwerden suchte. Es war mir immer, als ob ich mein eigenes Glück untergrabe, indem ich zuerst für Polina und nicht für mich selbst spielte. Kann man wirklich nicht an den Spieltisch herantreten, ohne sogleich ein Opfer des Aberglaubens zu werden? Ich nahm fünf Friedrich Dorr heraus und setzte sie auf gerade. Das Rad drehte sich und blieb auf 13 stehen. Ich hatte verloren. Mit einem peinlichen Gefühle, einzig um der Sache irgendwie ein Ende zu machen und mich zu entfernen, setzte ich noch einmal fünf Friedrich Dorr auf Rot. Rot gewann. Ich ließ Gewinn und Einsatz stehen. Zum zweiten Male gewann Rot. Ich ließ wiederum alles liegen und Rot gewann zum dritten Male. Ich nahm meine 40 Friedrich Dorr und setzte je einen auf die zwölf mittleren Zahlen, ohne zu wissen, was daraus werden würde. Man zahlte mir mehr als das Dreifache aus. Aus zehn Friedrich Dorr waren im Handumdrehen 80 geworden. Auf einmal empfand ich ein ganz ungewöhnliches, sonderbares, fast unerträgliches Gefühl und ich entschloss, mich fortzugehen. Ich sagte mir, dass ich ganz anders gespielt hätte, wenn ich für mich gespielt haben würde. Noch einmal setzte ich die ganzen 80 Friedrich Dorr auf gerade. Das Rad blieb auf der vier stehen, man zahlte mir 80 Friedrich Dorr aus und nachdem ich den ganzen Geldhaufen in meinen Taschen untergebracht hatte, verließ ich den Saal, um Paulina Alexandrovna aufzusuchen. Unsere Gesellschaft war irgendwo hin in den Park spazieren gegangen und ich bekam Paulina erst beim Abendessen zu Gesichte. Der Franzose war diesmal nicht anwesend und der General konnte sich nach Belieben gehen lassen. Er fand es unter anderem für nötig, mir nochmals zu bemerken, dass er mich nicht am Spieltische zu sehen wünsche. Nach seiner Ansicht würde es ihn zu sehr kompromittieren, wenn ich allzu viel verspielen würde. Aber auch wenn sie allzu viel gewinnen sollten, müsste ich mich für kompromittiert betrachten, fügte er mit bedeutsamer Miene hinzu. Ich habe allerdings kein Recht von Ihnen über Ihre Handlungen Rechenschaft zu verlangen, indessen Sie werden selbst zugeben. Er ließ seine Rede wie gewöhnlich unbeendet. Ich antwortete ihm trocken, dass ich nur sehr wenig Geld habe und folglich auch nur sehr wenig verlieren könne, wenn ich mich selbst aufs Spielen einließe. Als ich nach meinem Zimmer hinaufging, fand ich Gelegenheit, Paulina ihren Gewinn zu übergeben. Ich erklärte ihr gleichzeitig, dass ich nicht mehr zum zweiten Male für sie spielen würde. »Weshalb denn nicht?« fragte sie betroffen. »Weil ich für meine eigene Rechnung spielen will,« antwortete ich, »und weil es mich stören würde, wenn ich nebenher auch für sie spielen sollte.« »Sie sind also immer noch davon überzeugt, dass die Roulette ihre einzige Hoffnung und Rettung ist?« fragte sie ironisch. »Ich antwortete ihr mit ernstem Gesichte, dass es sich in der Tat so verhalte. Was meine felsenfeste Zuversicht auf die Gunst der Glücksgöttin anlange, so gebe ich zu, dass dieselbe lächerlich scheine, doch bäte ich sie jedenfalls, mich in dieser Beziehung in Ruhe zu lassen.« Polina Alexandrovna wollte durchaus darauf bestehen, dass ich den heutigen Gewinn mit ihr teilte und auch in Zukunft mit ihr auf Halbpart spielte. Ich lehnte ihren Vorschlag rundweg ab und erklärte ihr schließlich, dass ich nur deshalb nicht mehr für sie spielen wolle, weil ich ein zweites Mal zu verlieren fürchte. »Und doch habe ich, wie albern es klingen mag, meine letzte Hoffnung auf die Roulette gesetzt«, sagte sie nachdenklich. »Sie müssen also um jeden Preis das Spiel für mich fortsetzen, zu gleichem Anteil natürlich, und sie werden es selbstverständlich tun.« Nach diesen Worten verließ sie mich, ohne auf meine weiteren Einwendungen zu hören. Ende von zweiter Abschnitt Abschnitt 3 von der Spieler von Fjodor Dostoevsky, übersetzt von August Scholz. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. »Sonderbarerweise hat sie gestern den ganzen Tag über nicht ein Wort vom Spiele gegen mich erwähnt und eine Unterhaltung mit mir möglichst zu vermeiden gesucht. Ihr Benehmen gegen mich ist nach wie vor dasselbe. Sie behandelt mich ebenso geringschätzig wie früher, ja sogar mit einer gewissen Verachtung und Gehässigkeit. Sie gibt sich, wie ich sehe, durchaus keine Mühe, ihren Widerwillen gegen mich zu verbergen. Ebenso wenig jedoch sucht sie zu verbergen, dass sie meiner zu irgendeinem Zwecke bedarf und mich gewissermaßen für denselben reserviert. Ganz eigentümliche Beziehungen, die umso sonderbarer erscheinen müssen, wenn man den Stolz und Hochmut in Betracht zieht, den sie sonst gegen jedermann an den Tag legt. Sie weiß zum Beispiel, dass ich sie liebe, wahnsinnig liebe. Sie lässt mich sogar von meiner Leidenschaft reden. Könnte sie mir ihre Verachtung wohl deutlicher zeigen, als indem sie mich so ohne jede Einschränkung über meine Liebe reden lässt? Ich mache mir so wenig aus deinen Gefühlen, dass es mir völlig gleichgültig ist, wovon du mit mir redest oder was du für mich fühlst. Das ist es, was ich aus ihrem sonderbaren Verhalten entnehmen muss. Über ihre eigenen Angelegenheiten pflegte sie von jeher mit mir viel zu sprechen, doch war sie auch in diesen Punkten niemals ganz offen. Ja, ich musste sogar aus der Art, wie sie diese Angelegenheiten mit mir besprach, deutlich ihre Geringschätzung gegen mich entnehmen. Sie weiß zum Beispiel, dass ich irgendeinen Umstand aus ihrem Leben oder irgendeine Sorge, die sie schwer drückt, kenne. Sie spricht sogar selbst mit mir über diesen Umstand oder diese Sorge, wenn sie mich geradezu irgendetwas, einem Gange oder dergleichen gebrauchen will. Aber jedes Mal wird sie mir nur genau so viel darüber sagen, als eben unumgänglich notwendig ist, obwohl sie sieht, dass ich mich ihretwegen beunruhige und quäle, dass ich ihre Sorgen zu den meinigen mache und dass sie durch ein wenig mehr Offenheit und freundschaftliches Vertrauen mein Herz von seiner Last befreien könnte. Dabei sind die Aufträge, die sie mir gibt, bisweilen wirklich von der Art, dass ich bei ein wenig mehr Vertrauen von ihrer Seite sie ohne Zweifel pünktlicher und vollkommener erfüllen könnte. Diese Aufträge sind nämlich öfters nicht bloß ziemlich umständlich und heikel, sondern sogar gefährlich. Und sie sieht, wie ich mich ihretwegen härme und sorge, vielleicht dreimal mehr, als sie selbst sich sorgt und doch scheinen ihr diese meine Gefühle keinem Pfifferling zu gelten. Bereits vor drei Wochen wusste ich, dass sie die Absicht hatte, ihr Glück an der Roulette zu versuchen. Sie hatte mich schon damals darauf vorbereitet, dass ich für sie würde spielen müssen, da es ihr nicht wohl anstände, sich am Spieltische zu zeigen. Aus dem Tone ihrer Worte entnahm mich damals, dass sie irgendeinen ernsten Kummer haben müsse, nicht bloß den einfachen Wunsch, Geld zu gewinnen. Wozu sollte sie des Geldes bedürfen? Hier muss ein bestimmter Zweck vorliegen. Ganz besondere Umstände müssen vorhanden sein, die ich vielleicht erraten werde, aber bisher noch nicht kenne. Zwar könnte ich, da sie mich so rücksichtslos als ihren Sklaven behandelt, auch meinerseits alle Rücksichten fallen lassen und sie mit einfachen, groben Worten nach ihren verborgenen Absichten fragen. Da ich nur ihr Sklave in ihren Augen also so gut wie ein Nichts bin, so könnte sie sich kaum durch meine Neugier beleidigt fühlen. Aber was hilfe es mir schließlich zu fragen, wenn sie mir, wie es oft geschieht, auf meine Fragen nicht antwortet oder dieselben ganz überhört? In der Tat, sonderbar liegen unsere Beziehungen. Gestern war bei uns sehr viel von einem Telegramm die Rede, dass man vor vier Tagen nach Petersburg abgesandt hatte und auf das noch immer keine Antwort da war. Der General ist sehr unruhig und besorgt. Es handelt sich jedenfalls um die Großmutter. Auch dem Franzosen scheint die Sache nahe zu gehen. Gestern nach dem Mittagessen hatten sie ein langes, ernstes Gespräch miteinander. Der Franzose behandelt uns alle sehr hochmütig und von oben herab, wie es im Sprichwort heißt. Setzt man ihn an den Tisch, so legt er die Beine auf den Tisch. Sogar gegen Polina ist er unhöflich bis zur Grobheit, obwohl er nach wie vor an den gemeinschaftlichen Besuchen des Spielsaales, den Spazierritten und Ausfahrten in die Umgegend teilnimmt. Ich kenne schon lange gewisse Beziehungen, die zwischen dem Franzosen und dem General bestehen. Sie haben zusammen in Russland eine Fabrik projektiert, die entweder schon zum Kuckuck ist oder überhaupt erst in ihren Köpfen existiert. Außerdem habe ich zufällig ein Familiengeheimnis erfahren. Der Franzose hat dem General im vorigen Jahre mit 30.000 Franc aus der Klemme geholfen, die bei einer Revision in der Kronskasse gefehlt haben. Der arme General steckt bei ihm tief drin und nun kommt noch diese Mademoiselle Blanche dazu, die, wie ich fest überzeugt bin, in der ganzen Angelegenheit die Hauptrolle spielt. Wer ist diese Mademoiselle Blanche? Sie gilt hier bei uns als eine sehr vornehme Französin. Sie hat ihre Mutter bei sich und soll ein ungeheures Vermögen besitzen. Es heißt außerdem, dass sie mit unserem Marquis verwandt sei, allerdings nur ganz entfernt, etwa als Cousine dritten oder vierten Grades. Vor meiner Reise nach Paris waren die Beziehungen des Franzosen und der Mademoiselle Blanche weit höflicher und zarter, jetzt erscheint ihre Freundschaft und Verwandtschaft von gröberem, festerem Gewebe. Vielleicht halten sie unsere Verhältnisse schon für so heruntergekommen, dass sie es gar nicht mehr für nötig halten, sich vor uns irgendwie zu genieren. Es fiel mir neulich auch auf, dass Mr. Astley Mademoiselle Blanche und ihre Mutter etwas eigentümlich betrachtete, als ob er sie bereits von früher her kenne. Auch unser Franzose scheint mit Mr. Astley schon länger bekannt zu sein. Übrigens behandeln sie diesen schüchternen, schweigsamen Engländer nicht allzu höflich. Der Marquis grüßt ihn kaum und auch Mademoiselle Blanche tut, als ob sie ihn gar nicht bemerkte. Gestern jedoch, als der Marquis zufällig im Gespräch den ungeheuren Reichtum des Mr. Astley erwähnte, blickte Mademoiselle Blanche plötzlich auf und sah den Engländer mit großen Augen an. Der arme General hatte ihren Blick aufgefangen. Man kann sich denken, welche Unruhe er empfand und welche Bedeutung jetzt für ihn ein Telegramm haben muss, das ihm den Tod der Großmutter meldet. Als ich bemerkte, dass Pauline einem Gespräche mit mir absichtlich aus dem Wege ging, nahm auch ich eine kalte, gleichgültige Mine an. Sie wird doch schließlich den Anfang machen müssen, dachte ich. Dafür habe ich gestern und heute meine ganze Aufmerksamkeit der Mademoiselle Blanche gewidmet. Der arme General scheint mir wirklich verloren. Sich mit 55 Jahren zu verlieben und noch dazu mit solcher Leidenschaft ist unbedingt ein Unglück. Wie kann sich nur ein Witwer mit Kindern mit einem gänzlich zerrütteten Vermögen und einer solchen Schuldenlast an dieses Weib hängen? Mademoiselle Blanche ist entschieden eine Schönheit, aber sie hat eines jener Gesichter, vor denen man wirklich Furcht empfinden kann. Ich habe mich wenigstens vor dieser Art von Weibern immer gefürchtet. Sie zählt vielleicht 25 Jahre, ist hoch gewachsen, hat breite, runde Schultern, einen prächtigen Hals und eine volle Büste. Ihr Teint ist olivbraun, ihr Haar so schwarz wie chinesische Tusche und so üppig, dass man zwei Chorführen daraus machen könnte. Das Weiße an ihren dunklen, wollüstig blickenden Augen hat einen gelblichen Schimmer. Ihre Zähne sind blendend weiß, die Lippen immer pomadisiert und ihre Kleider duften stets nach Moschus. Sie trägt sich reich und elegant, stark auf den Effekt berechnet, aber dabei geschmackvoll. Ihre Stimme ist ein etwas heiserer Alt. Sie lacht bisweilen laut auf und zeigt dabei ihr prächtiges Gebiss. Doch blickt sie gewöhnlich schweigsam und herausfordernd rein, wenigstens so oft Paulina und Maja Filipovna dabei sind. Die letzte soll übrigens, wie es heißt, in den nächsten Tagen nach Russland abreisen. Es scheint mir, dass Mademoiselle Blanche ohne jede Bildung, vielleicht auch ohne Anlagen ist. Dafür ist sie misstrauisch, hinterlistig und schlau. Ich glaube, dass sie schon manche Lebenserfahrung hinter sich hat und wenn ich schon alles sagen soll, so vermute ich, dass der Marquis durchaus nicht ihr Verwandter und die Frau Gräfin ebenso wenig ihre Mutter ist. Es scheint jedoch sicher, dass sie in Berlin, wo wir sie kennengelernt haben, einige anständige Bekanntschaften hatten. Was den Marquis anlangt, so scheint es mir zwar immer noch zweifelhaft, ob er ein Marquis ist, doch hat er sich jedenfalls in Moskau sowie in Deutschland immer in der besseren Gesellschaft bewegt. Was für eine Rolle er in Frankreich spielen mag, weiß ich nicht. Es heißt, er besitzt da selbst ein Chateau. Ich dachte mir es wohl, dass in den zwei Wochen meiner Abwesenheit mancherlei geschehen würde. Ob jedoch zwischen Mademoiselle Blanche und dem General bereits das entscheidende Wort gefallen ist, habe ich noch immer nicht erfahren können. Alles hängt schließlich davon ab, wie sich die Geldverhältnisse des Generals gestalten. Wenn zum Beispiel heute die Nachricht käme, dass die Großmutter nicht gestorben ist, dann würde Mademoiselle Blanche sicherlich von der Bildfläche verschwinden. Sonderbar übrigens, was für eine Klatschbase ich geworden bin. Wirklich lächerlich. Ach, wie zuwider ist mir das alles. Mit welcher Freude würde ich hier alles und alle im Stiche lassen. Aber kann ich denn fern von Polina leben? Kann ich existieren, ohne beständig um sie herumzuspionieren? Ein hässliches Geschäft das Spionieren. Aber was soll ich eben machen? Interessiert hat mich heute und gestern auch Mr. Erstley. Ja, ich bin fest überzeugt, dass Polina ihm den Kopf verdreht hat. Es ist wirklich unterhaltend, die verliebten Blicke eines verschämten, keuschen Menschen zu beobachten, der durchaus keine Worte finden kann, um seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Mr. Erstley begegnet uns oft auf unseren Spaziergängen. Er zieht den Hut, geht an uns vorüber und brennt natürlich vor Verlangen, sich uns anzuschließen. Wird er jedoch dazu aufgefordert, so lehnt er es ohne weiteres ab. Überall im Spielsaal, im Konzertgarten, an der Fontäne kann man ihn irgendwo in nächster Nähe Blicke bemerken. Ob wir im Parke, im Walde oder auf dem Schlangenberge sind, wir brauchen nur Umschau zu halten und können darauf wetten, dass auf dem nächsten Fußpfade oder hinter dem nächsten Gebüsch ein Zipfel von Mr. Erstley sichtbar wird. Es scheint, dass er Gelegenheit sucht, mich allein zu sprechen. Heute Morgen begegneten wir einander und wechselten ein paar Worte. Seine Sprechweise ist bisweilen auffallend zusammenhangslos. Noch hatten wir uns nicht begrüßt, als er sogleich begann. Ah, Mademoiselle Blanche, ich habe solche Damen gesehen wie Mademoiselle Blanche. Er schwieg, indem er mich mit vielsagenden Blicke ansah. Was er eigentlich sagen wollte, weiß ich nicht. Als ich nach dem Sinne seiner Worte fragte, lächelte er nur schlau und sagte kopfnickend, »Es ist schon so. Und Mademoiselle Pauline? Hat sie gern Blumen?« »Kann ich wirklich nicht sagen,« versetzte ich. »Wie, das wissen Sie nicht einmal?« rief er ganz erstaunt aus. »Ich weiß es nicht, habe gar nicht darauf geachtet,« wiederholte ich lächelnd. »Hm, das bringt mich auf einen besonderen Gedanken.« Er nickte mit dem Kopfe und ging mit zufriedener Miene weiter. Unsere Unterhaltung war in einem ganz abscheulichen Französisch geführt worden. Ende von dritter Abschnitt Abschnitt 4 von »Der Spieler« von Fjodor Dostoevsky Übersetzt von August Scholz Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der heutige Tag war ein lächerlicher, alberner, törichter Tag. Es ist jetzt elf Uhr nachts. Ich sitze in meinem kleinen Zimmer und rufe mir das Geschehene ins Gedächtnis zurück. Es begann damit, dass ich am Morgen wohl oder übel in den Spielsaal ging, um auf Paulina Alexandrowanas Rechnung zu spielen. Ich nahm ihre ganzen 160 Friedrich Dorr, doch unter zwei Bedingungen. Erstens, dass ich nicht auf Halbpart spielte. Und zweitens, dass mir Paulina am Abend eine Aufklärung darüber gäbe, wozu sie eigentlich das Geld so nötig brauche und wie viel sie brauche. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es einfach des Geldes wegen sein sollte. Ohne Zweifel steckt, wie ich von Anfang an vermute, ein ganz bestimmter Zweck dahinter. Sie versprach, meine Neugierde zu befriedigen, und ich ging. Die Spieltische waren von einer zahlreichen Menge belagert. Wie widerlich war der Anblick dieser Menschen, wie gierig funkelten ihre Augen. Ich drängte mich bis dicht an den Kruppier heran und begann schüchtern zwei oder drei Goldstücke zu setzen. Nebenbei machte ich meine Beobachtungen. Es schien mir, dass die Berechnung beim Spielen nur wenig zu bedeuten hat und jedenfalls nicht so wichtig ist, wie viele Spieler annehmen. Da sitzen sie mit ihren blaulineierten Notizbüchern, vermerken bei jeder Umdrehung des Rades Couleur und Zahlen, berechnen die Chancen, kalkulieren, setzen schließlich und verlieren ganz ebenso wie wir übrigen Sterblichen, die wir ohne Berechnung spielen. Dafür habe ich jedoch eine andere Beobachtung gemacht, die mir durchaus richtig scheint. In dem Gange des Spieles liegt in der Tat eine gewisse, ich will nicht sagen Gesetzmäßigkeit, aber doch eine gewisse Ordnung, die jedenfalls auffallend ist. So geschieht es bisweilen, dass nach den zwölf mittleren Zahlen regelmäßig die zwölf letzten herauskommen. Diese gewinnen nun, sagen wir zweimal hintereinander, dann kommen die zwölf ersten an die Reihe. Ist die Kugel einmal auf diese gefallen, so geht sie wieder auf die zwölf mittleren Zahlen über, fällt hier drei oder viermal hintereinander und wendet sich wieder dem letzten Drittel zu, von dem sie nach etwa zwei Treffern wiederum auf das erste Drittel übergeht. Diese regelmäßige Folge, erstes Drittel einmal, zweites Drittel dreimal, drittes Drittel zweimal, wiederholt sich bisweilen durch eine oder zwei Stunden, dann verwirrt sich die Ordnung, schwankt eine Weile hin und her, bis sich allmählich wieder eine neue Reihenfolge befestigt. Es ist wirklich interessant, dies zu beobachten. An manchem Tage wechselt Rot beständig mit Schwarz ab, höchstens zwei- oder dreimal hintereinander fällt die Kugel auf dieselbe Farbe. Am nächsten Tage jedoch, oder noch am Abend desselben Tages, kommt Rot hintereinander bis zu zwanzigmal heraus, um dann auf einmal auf Schwarz überzugehen, dem nun das Glück gleichfalls längere Zeit treu bleibt. Sehr eingehende Beobachtungen hat mir Mr. Erstley mitgeteilt, der den ganzen Morgen in den Spielsälen zubringt, ohne selbst ein einziges Mal zu setzen. Was mein eigenes Spiel anlangt, so hatte ich diesmal entschieden Unglück. In kurzer Zeit verlor ich alles, bis auf den letzten Friedrich Dorr. Ich setzte zuerst 20 Friedrich Dorr auf Ungerade und gewann. Setzte nochmals und nochmals, gewann immer wieder und hatte schließlich im Verlauf von etwa 5 Minuten 400 Friedrich Dorr zusammen. Ich hätte nun einfach fortgehen sollen, aber ich empfand ein eigentümliches Verlangen, das Schicksal herauszufordern, ihm gleichsam einen Nasenstüber zu versetzen. Ich setzte ganze 4000 Gulden auf einmal, der größte Satz, der überhaupt erlaubt ist, und verlor. Ganz erregt suchte ich nun alles zusammen, was ich bei mir hatte, setzte noch einmal und verlor wieder. Wie betäubt verließ ich den Spieltisch. Ich begriff nicht einmal, was mit mir vorging und machte Paulina Alexandrovna erst kurz vor dem Mittagessen Mitteilung von meinem Verluste. Bis dahin hatte ich mich ruhelos im Parke umhergetrieben. Beim Mittagessen befand ich mich wieder in ziemlich angeregter Stimmung, ganz so wie drei Tage vorher. Der Franzose und Mademoiselle Blanche waren, wie gewöhnlich, unsere Gäste. Es stellte sich heraus, dass Mademoiselle Blanche am Morgen die Spielsäle besucht hatte und Zeugin meiner Heldentaten gewesen war. Sie schenkte mir diesmal mehr Aufmerksamkeit als gewöhnlich. Der Franzose fragte mich ohne alle Umschweife, ob ich mein eigenes Geld verspielt hätte. Ich glaube, er hat es erraten, dass ich für Paulina gespielt habe. Es muss hier jedenfalls etwas Besonderes vorliegen. Ich log natürlich und sagte, dass es mein Geld gewesen. Der General war im höchsten Grade erstaunt. Woher hatte ich so viel Geld genommen? Ich erklärte ihm, dass ich mit zehn Friedrich Dorr angefangen und sechs- oder siebenmal hintereinander gewonnen hätte, sodass schließlich fünf- bis sechstausend Gulden in meinen Händen gewesen wären, die ich dann auf zweimal verloren hätte. Meine Erklärung klang sehr wahrscheinlich. Ich blickte, während ich sprach, zu Paulina hinüber, doch vermochte ich aus ihren Minen nichts herauszulesen. Sie hatte mich reden lassen, ohne meine Lüge aufzudecken. Das ließ mich darauf schließen, dass es ihr angenehm war, wenn ich ihre Beteiligung verschwieg. Jedenfalls, sagte ich mir, wird sie ihr Versprechen erfüllen und mir die nötigen Aufklärungen geben. Ich dachte, dass der General mir irgendwelche Vorhaltungen machen würde, doch schwieg er. Dafür bemerkte ich in seinem Gesicht lebhafte Bewegung und Unruhe. Vielleicht war es ihm in seinen gedrückten Verhältnissen unangenehm zu hören, dass eine so ansehnliche Geldsumme innerhalb weniger Minuten durch die Hände eines unüberlegten Dummkopfes wie ich gegangen war. Ich vermute, dass er gestern Abend mit dem Franzosen eine ziemlich heftige Auseinandersetzung gehabt hat. Sie schlossen sich in ein Zimmer ein und sprachen sehr lange und hitzig über irgendetwas. Der Franzose ging in erregtem Zustande davon, heute Morgen aber kam er wieder zum General, wahrscheinlich, um das gestrige Gespräch fortzusetzen. Als der Franzose von meinem Verluste hörte, bemerkte er mir in beißendem, fast boshaftem Tone, dass man in solchen Fällen vernünftiger handeln müsse. Aus irgendeinem Grunde fügte er hinzu, dass die Russen überhaupt nicht zu spielen verständen. Nach meiner Ansicht, versetzte ich, ist Roulette überhaupt nur für die Russen erfunden. Der Franzose hatte nur verächtliches Lächeln für mich als Antwort, worauf ich bemerkte, dass das Spielen auf alle Fälle ein Fehler sei und dass ich also, wenn ich sagte, es sei nur für die Russen geschaffen, meine Landsleute eher tade, als lobe. Wie wollen Sie denn Ihre Ansicht begründen? fragte der Franzose. Sehr einfach, erwiderte ich. Der Russe besitzt nicht jene Fähigkeit, Kapital anzusammeln, die dem zivilisierten Bewohner des europäischen Westens so eigentümlich ist und ihm als eine so wesentliche Grundlage irdischen Glückes gilt. Aber der Russe versteht nicht nur kein Kapital anzusammeln, er verschwendet es auch, sobald es ihm in die Finger gerät, auf die albernste, unerhörteste Weise. Nun brauchen wir Russen aber ebenso sehr Geld wie andere Leute. Folglich müssen uns solche Gelegenheiten zum Gelderwerb, wie beispielsweise die Roulette, bei denen man innerhalb zweier Stunden zum reichen Manne werden kann, höchst willkommen sein. Das Spielen hat einen ganz besonderen Reiz für uns, und da wir leichtsinnig und ohne Aufmerksamkeit spielen, nun, so verspielen wir eben. Das ist zum Teil richtig, bemerkte selbstgefällig der Franzose. Nein, das ist durchaus nicht richtig, und Sie sollten sich schämen, sich in solcher Weise über Ihre Landsleute auszusprechen, bemerkte in strengem, eindringlichem Tone der General. Aber ich bitte Sie, antwortete ich ihm. Es ist doch noch gar nicht ausgemacht, was gemeiner ist, der törichte Leichtsinn der Russen oder dieses Sparen und Zusammenscharren, wie es bei unseren ehrenwerten Nachbarn üblich ist. Was für ein unsinniger Gedanke, rief der General. Ein echt russischer Gedanke, bemerkte der Franzose. Ich lachte und hatte eine ganz besondere Lust, sie zu ärgern. Nun, ich möchte wirklich lieber mein ganzes Leben in einem Kirgisenzelte verbringen, begann ich, als mich vor diesem Ideal des Geldmachens beugen, das die Individualität vernichtet und den Menschen einfach zum Zubehör eines Geldsackes macht. In ziemlich kräftigen und gewagten Ausdrücken führte ich meine Ansicht über den Gegenstand näher aus und es gelang mir wirklich, den General wütend zu machen. Ich weiß nicht, ob sie Recht haben oder nicht, fuhr er schließlich heraus. Das aber weiß ich, dass sie in unausstehlicher Weise ihre Possen reißen, seit man ihnen ein wenig gestattet hat, sich gehen zu lassen. Ich sah, dass er noch mehr sagen wollte, doch brach er wie gewöhnlich mitten in der Rede ab. Der Franzose hatte meine Auseinandersetzung mit verächtlicher Miene angehört, ohne vielleicht den tieferen Sinn derselben zu verstehen. Paulina blickte mit stolzer Gleichgültigkeit rein, als ob sie gar nicht zugehört hätte. Es schien, dass sie ihre eigenen ernsten Gedanken hatte. Kaum waren wir vom Tische aufgestanden, als sie mich in befehlendem Tone aufforderte, sie zu einem Spaziergange zu begleiten. Wir nahmen die Kinder mit uns und gingen in den Park zur Fontäne. Da ich mich, wie gesagt, in ziemlich angeregter Stimmung befand, so trug ich kein Bedenken, Paulina ganz grob und rücksichtslos zu fragen, weshalb denn unser Marquis de Grier sie nicht mehr bei ihren Ausgängen begleite und ihr überhaupt jetzt so geringe Aufmerksamkeit schenke. Weil er ein Schuft ist, gab sie mir in sonderbarem Tone zur Antwort. Noch niemals hatte ich eine solche Äußerung über de Grier aus ihrem Munde gehört. Ich schwieg, um nicht auch für mich ein Kompliment aus ihrem Munde zu hören. Haben Sie bemerkt, dass er heute irgendetwas mit dem General vorgehabt haben muss? Fragte ich nach einer Weile. Sie möchten gern dahinter kommen, was zwischen Ihnen besteht, entgegnete Paulina in gereiztem, trockenem Tone. Sie wissen, dass der General sein ganzes Vermögen bei ihm verpfändet hat. Wenn die Großmutter nicht stirbt, wird der Franzose ihn unfehlbar zum Bettler machen. So ist es also wahr, dass er ihm alles verpfändet hat? Ich habe davon gehört, doch konnte ich es nicht recht glauben. Nun, dann adieu, Mademoiselle Blanche, fügte ich hinzu. Dann wird es keine Generalin geben. Und dabei ist der arme General so vernacht in sie, dass er sich eine Kugel vor den Kopf schießen wird, wenn Mademoiselle Blanche ihm einen Korb gibt. Es ist wirklich gefährlich, sich in diesem Alter so heftig zu verlieben. Auch ich habe eine Ahnung, als ob ihm etwas Böses begegnen würde, bemerkte Pauline Alexanderner nachdenklich. Wie kann man nur seine Gemeinheit so offen an den Tag legen, rief ich heftig aus. So deutlich zu verstehen zu geben, dass es sich um nichts weiter handelt, als um das Geld. Wie kann der General nur diese grobe Intrige nicht durchschauen? Und gibt es wohl etwas Lächerlicheres und Schmutzigeres, als sich auf telegrafischem Wege zu erkundigen, ob die Großmutter, die man zu beerben hofft, bereits gestorben ist? Wie gefällt Ihnen das, Pauline Alexanderner? Reden Sie kein Unsinn, fiel sie mir hitzig ins Wort. Ich muss mich nur wundern, wie Sie zu dieser fröhlichen, lustigen Stimmung kommen. Worüber freuen Sie sich denn eigentlich? Etwa darüber, dass Sie mein Geld verspielt haben? Weshalb gaben Sie es mir zum Verspielen? Ich sagte Ihnen doch, dass ich es nicht verstände, für andere zu spielen, am allerwenigsten für Sie. Ich bin gehorsam und tue alles, was Sie mir befehlen. Das Resultat jedoch hängt nicht von mir ab. Ich habe Sie darauf vorbereitet, dass die Sache missglücken wird. Sie sind wohl sehr niedergeschlagen über den Verlust? Wozu bedürften Sie denn eigentlich so viel Geld? Was sollen diese Fragen? Aber Sie selbst haben mir doch Aufklärung versprochen. Hören Sie, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ich gewinnen werde, sobald ich erst anfange, auf eigene Rechnung zu spielen. Ich besitze noch zwölf Redichtor, mit denen will ich mein Glück versuchen. Dann können Sie von mir so viel Geld bekommen, als Sie nur immer nötig haben. Sie sah mich mit verächtlicher Miene an. Seien Sie mir nicht böse, fuhr ich fort, dass ich Ihnen einen solchen Vorschlag mache. Ich bin so sehr davon überzeugt, dass ich in Ihren Augen eine Null bin, dass Sie sich nach meiner Ansicht durchaus nicht zu schämen brauchen, von mir Geld anzunehmen. Überdies habe ich ja auch Ihr eigenes Geld verspielt. Sie warf mir einen raschen Blick zu und als sie meine erregte, sarkastische Miene bemerkte, unterbrach sie mich lebhaft. Sie möchten gar zu gern hinter meine Geheimnisse kommen, aber ich versichere Sie, dass durchaus nichts dahinter steckt, was Sie interessieren könnte. Ich bin einfach Geld schuldig, wenn Sie es wissen wollen. Ich habe eine Summe geliehen und möchte sie gern zurückgeben und da ist dieser seltsame, unsinnige Gedanke in mir aufgetaucht, dass ich unbedingt hier am Spieltische gewinnen müsse. Ich begreife nicht, wie dieser Gedanke in mir entstehen konnte, doch habe ich jedenfalls an seine Verwirklichung geglaubt. Vielleicht habe ich nur deshalb daran geglaubt, weil mir durchaus kein anderer Ausweg geblieben ist. Sie müssen es wirklich sehr nötig haben, zu gewinnen. Das Spiel scheint für Sie der Strohhalm zu sein, nach dem der Ertrinkende greift. Nur weil er ertrinkt, hält er den Strohhalm für einen Baumast. Und doch haben Sie Ihre letzte Hoffnung auf das Spiel gesetzt, bemerkte Polina lebhaft. Auch haben Sie mir vor 14 Tagen des Langen und Breiten auseinandergesetzt, wie fest Sie davon überzeugt sind, dass das Glück Ihnen hier an der Roulette holt sein werde. Sie sprachen so ernst, dass ich Ihre Worte durchaus nicht als Scherz hinnehmen konnte, oder scherzten Sie damals wirklich nur? Ich scherzte nicht, versetzte ich nachdenklich. Und ich habe auch jetzt noch die feste Hoffnung, dass ich gewinnen werde. Wenn ich sogar keine Gewissensbisse darüber fühle, dass ich heute fremdes Geld verloren habe, so kann ich mir das eben nur aus dieser Zuversicht erklären. Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass das Glück mir Holz sein wird, sobald ich nur anfange, für mich selbst zu spielen. Ja, auch ich muss eben gewinnen, auch für mich ist das Spiel der Strohhalm, an dem ich mich festklammere. Sie glauben wohl nicht, dass es für mich Gründe geben kann, die mir den Besitz des Geldes wünschenswert erscheinen lassen? Ihre Gründe interessieren mich nur wenig, versetzte Polina gleichgültig. Doch zweifle ich daran, dass Sie überhaupt irgendetwas ernst zu nehmen vermögen. Sie haben vielleicht Ihre Sorgen, aber ich glaube nicht, dass dieselben Sie besonders drücken. Ihnen fehlt überhaupt noch jedes feste, gesetzte Wesen. Wozu brauchen Sie Geld? Ich kann mir noch immer nicht vorstellen, was Sie damit anfangen würden. Wozu ich Geld brauche? Ei nun, Geld ist heutzutage alles. Wenn ich Geld besitze, bin ich auch in Ihren Augen ein ganz anderer Mensch und nicht mehr Ihr Sklave, der Sie zu beleidigen vermag und für Sie nur eine Null ist. Und doch haben Sie selbst gesagt, dass diese Sklaverei Ihnen ein Genuss bereite. Ich dachte wirklich, dass dem so wäre. Ach, dachten Sie das? rief ich aus. Oh, wie reizend ist die Naivität, mit der Sie das sagen. Nun denn, gewiss, es ist für mich ein Genuss, Ihr Sklave zu sein. Oh, es liegt wirklich ein Genuss in der Erniedrigung und Knechtschaft, fuhr ich in meiner albernen Schwärmerei fort. Und weiß der Teufel, vielleicht liegt auch in der Knute ein Genuss, wenn sie schneidend über den Rücken fährt und ganze Fleischfetzen aus demselben herausreißt. Aber vielleicht strebe ich auch nach anderen Genüssen. Der General hat mir vorhin bei Tisch in ihrer Gegenwart eine Moralpredigt gehalten. Für die 700 Rubel jährlich, die ich schließlich von ihm nicht einmal bekommen werde. Marquis de Crié zieht seine Brauen in die Höhe, starrt mich an und tut, als ob er mich nicht bemerkte. Und dabei habe ich vielleicht die größte Lust, den Herrn Marquis einfach vor allen Gästen an seiner Nase zu ziehen. Sie reden wie ein Grünschnabel. Man kann sich in jeder Lage so verhalten, dass die Leute einem mit Achtung begegnen müssen. Umso ehrenwerter, wenn man sich diese Achtung erst erkämpfen muss und sie sich schließlich wirklich erkämpft. Wundervoll gesprochen. Ganz wie ein Buch. Sie sind also der Ansicht, dass ich es nicht verstehe, mir diese Achtung zu erwerben? Denn ich habe doch wohl nichts verbrochen, was mich um die Achtung der Menschen brächte. Erwerben aber muss ich sie gleichwohl erst, das ist ihre Ansicht? Das Material ist gut, aber die Formen fehlen, nicht? Sehen Sie, so sind wir Russen einmal alle. Wir sind zu reich begabt und zu vielseitig, als dass wir unser Naturell sogleich in die richtigen Formen zwängen könnten. Die äußeren Formen sind ihnen alles und deshalb imponieren ihnen auch diese Herren Franzosen so sehr, welche die Formen gleichsam mit der Muttermilch aufnehmen, doch bei aller Haltung und Würde die größten Schurken sein können. Ja, die äußeren Formen sind es, die unsere russischen Damen so sehr bezaubern und diese gallischen Hähnen gegenüber so schwach sein lassen. Doch davon verstehe ich nichts, weil ich kein Weib bin und sie lassen mich wieder einmal schwatzen, statt mir den Mund zu verbieten. Sie lassen mich alles sagen, was mir auf die Zunge kommt und wundern sich dann, dass ich keine Formen besitze. Gewiss, ich gebe es zu, ich besitze nicht nur keine Formen, sondern überhaupt keine guten Eigenschaften. Ich habe nur einen Gedanken, der mich alles vergessen lässt, was rings um mich, was hier oder in Russland oder sonst irgendwo in der Welt geschieht. Ich bin durch Dresden gefahren und habe keine Ahnung davon, wie Dresden aussieht. Sie kennen diesen einen Gedanken und ich kann mit Ihnen über denselben sprechen, da ich ja doch für Sie nichts weiter als eine Null bin. Sie sind dieser Gedanke. Sie sind es, die ich immer und überall sehe, um deretwillen mir alles andere gleichgültig ist. Ich weiß nicht, weshalb ich Sie eigentlich so liebe. Wissen Sie, dass Sie vielleicht nicht einmal hübsch sind? Denken Sie nur, ich weiß nicht einmal, ob Sie hübsch sind oder nicht. Ihr Herz ist ohne Zweifel böse, Ihr Geist alles andere, nur nicht edel. Ah, deshalb rechnen Sie wohl darauf, dass ich mich Ihnen für Geld verkaufen werde, warf sie erregt dazwischen. Wann habe ich darauf gerechnet, Sie für Geld zu kaufen, rief ich aus. Ereifern Sie sich nicht, Sie verlieren sonst den Faden Ihrer Gedanken. Wenn Sie mich auch nicht kaufen wollen, so wollen Sie doch meine Achtung kaufen. Nein, das ist nicht ganz richtig. Es fällt mir schwer, Ihnen von meinen Gedanken und Empfindungen klare Rechenschaft zu geben. Ich fühle mich in Ihrer Nähe so bedrückt. Ich bin einfach von Sinnen. Nun ärgern Sie sich nur nicht über mich oder ärgern Sie sich auch meinetwegen, es ist mir ganz gleich. Wenn ich so am Abend in meinem Kämmerchen sitze und mir nur das Rauschen Ihres Kleides vorstelle, dann möchte ich wahnsinnig werden. Ja, ich will Ihr Sklave sein, befehlen Sie über diesen Sklavenarm, diesen Arm, welcher Sie vielleicht einmal töten wird, nicht aus Hass oder Eifersucht, nein, sondern einfach, um Sie zu töten, worauf ich Sie dann vielleicht vor Liebe verspeise, wie ein Kannibale. Nein, lachen Sie nicht wieder über mich. Ich lache durchaus nicht, versetzte sie in aufgebrachten Tone. Ich verbiete Ihnen weiterzureden. Was für ein abgeschmacktes Zeug, fügte sie mit dem Ausdruck des Widerwillens hinzu. Nennen Sie es Abgeschmack, das ist mir ganz gleichgültig, fuhr ich in meinen halbtollen Liebesergüssen fort. Wenn ich Sie töte, dann werde ich natürlich auch mich töten, aber nicht etwa so gleich, sondern erst später, möglichst spät, denn ich werde Sie ohne Zweifel noch viel mehr lieben, wenn Sie nicht mehr da sind und dieses köstliche Gefühl der unendlichen, gegenstandslosen Liebe so lange wie möglich empfinden wollen. Nennen Sie mich einen Verrückten, wenn es Ihnen beliebt, einen Fatalisten oder sonst wie. Sie dachten neulich, ich scherzte, als ich mich erbot, auf Ihr Geheiß vom Schlangenberg in den Abgrund zu stürzen. Sie glauben nicht, dass ich Wort gehalten hätte? Wie albern! Was für ein Nutzen oder welche Annehmlichkeit hätte ich davon, dass Sie sich vom Schlangenberg hinabstürzen? Welche Annehmlichkeit? Haha! lachte ich laut auf. Also nach der Annehmlichkeit, nach dem Nutzen, fragen Sie. Aber ist es denn nicht angenehm, zu wissen, dass man über einen Menschen eine so grenzenlose Macht hat? Oh, der Mensch ist von Natur ein Despot, er liebt es, über alles in der Welt andere zu quälen. Ich erinnere mich, dass Sie mich bei diesen Worten mit einem ganz besonderen, durchdringenden Blicke ansah. Ich bin davon überzeugt, dass alle meine widersinnigen Empfindungen und Ideen damals deutlich in meinen Zügen ausgeprägt waren, dass meine Lippen mit Schaum bedeckt und meine Augen mit Blut unterlaufen waren. Würde sie in jenem Moment, wenn auch nur zum Scherz, es verlangt haben, ich hätte ohne Bedenken den Sprung vom Schlangenberge gewagt. Ich zweifle nicht daran, dass Sie die Wahrheit reden, sagte sie endlich in jenem verächtlichen, hochmütigen Tone, der mich jedes Mal zum Äußersten reizte. Nach einer Weile fügte sie hinzu, und wenn ich nun von Ihnen verlangte, dass Sie einen Menschen töten, würden Sie es tun? Wen? Den Franzosen? Fragen Sie nicht, sondern antworten Sie, ich spreche in allem Ernste. Sie blickte in der Tat so finster und ungeduldig drein, dass mir ganz seltsam zumute wurde. Ich schwöre Ihnen, dass ich jeden töte, den Sie mir zu töten, befehlen. Indessen ist es denn möglich, dass Sie etwas derartiges von mir verlangen? Gewiss ist es möglich. Ich schicke Sie hin, Sie töten ihn, nehmen alles auf sich, und ich... Ich tue, als ob ich von Ihnen gar nichts wüsste. Doch nein, dazu wären Sie nicht imstande. Sie würden wohl den anderen töten, aber dann kämen Sie zu mir und würden auch mir den Hals abschneiden. Ich erschrak fast, als ich diese zynischen Worte aus ihrem Munde hörte. Ich sah, dass sie nicht im Scherz gesprochen hatte, dass sie irgendetwas im Sinne hatte und die Macht, welche sie über mich ausübte, ihr keineswegs ganz gleichgültig war. Wir saßen auf einer Bank vor dem Kurhause und konnten über einen weiten Platz hinweg in die Promenade hineinsehen. Paulina hatte ihren Blick starr nach diesem Platze gerichtet und lachte plötzlich hell auf. Sehen Sie die dicke Dame dort, begann sie. Das ist die Baronin Wurmerhelm, die erst vor drei Tagen hier angekommen ist. Der lange, magere Herder mit dem Spazierstocke in der Hand ist ihr Gatte. Sehen Sie die beiden? Ich sehe sie. Weshalb? Sie sagten, dass sie auf mein Geheiß bereit wären, vom Schlangenberg hinabzuspringen oder einen Menschen zu töten. Ich verlange von ihnen weder das eine noch das andere. Gehen Sie nur an die Baronin heran, ziehen Sie den Hut vor ihr und sagen Sie ihr irgendeine französische Redensart. Gehen Sie ohne Widerrede. Ich möchte gern ein wenig lachen und zusehen, wie der Baron sie mit seinem Stocke bearbeiten wird. Welche Idee, eine Frau ohne jede Ursache zu beleidigen. Gut, ich will tun, was Sie mich heißen, aber was wird der General dazu sagen, dass ich ihn auf so alberne Weise kompromittiere? Bah, Sie sind nichts weiter als ein Schwätzer, wie ich sehe, sagte sie verächtlich. Sie haben vorhin renommiert, vielleicht, weil Sie bei Tisch ein Glas Wein zu viel getrunken haben. Denken Sie denn, ich begreife es nicht, wie albern ein solcher Streich wäre und wie sehr der General sich darüber ärgern würde? Und doch will ich's. Ich will einfach lachen. Und was die Beleidigung der Dame anlangt, so haben Sie keine Angst. Sie werden Ihre Prügel weghaben, bevor Sie dazu kommen, sie zu beleidigen. Ich erhob mich von der Bank und entfernte mich schweigend, um ihren Befehl auszuführen. Ich wusste, dass ich mich höchst albern benahm und dass ich natürlich nur zu unbeholfen war, um mich auf andere Weise aus der Verlegenheit zu ziehen. Ich schritt auf die Baronin zu und fühlte, wie allmählich in mir selbst ein eigentümliches, schülerhaftes Verlangen entbrannte, den dummen Streich zu begehen. In höchster Erregung, fast wie trunken, ging ich auf das prominierende Paar zu. Ende von vierter Abschnitt Abschnitt 5 von Der Spieler von Fjodor Dostoevsky Übersetzt von August Scholz Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zwei Tage sind bereits seit jenem albernen Vorfall vergangen und wie viel Geschrei, wie viel Lärm, Streit und Gepolter hat es seitdem gegeben. Wie dumm, gemein und unanständig ist diese ganze Geschichte und ich trage die Schuld an allem. Bisweilen übrigens erscheint mir die Sache nur lächerlich und ich kann mir durchaus keine Rechenschaft davon geben, was eigentlich mit mir vorgeht, ob ich den Verstand verliere oder ob ich einen Rückfall in meine Pflegejahre bekommen habe. Und an alledem ist niemand anders schuld als Polina. Wenn sie nicht wäre, würde auch dieser dumme Streich unterblieben sein. Vielleicht ist das alles nur aus törichter Verzweiflung über meine hoffnungslose Liebe geschehen. Ach, wie zuwider ist es mir, daran auch nur zu denken. Und dabei begreife ich nicht, was denn eigentlich an ihr so bezaubernd ist. Hübsch ist sie allerdings, das unterliegt keinem Zweifel, denn auch andere hat sie um den Verstand gebracht. Ihre Gestalt ist hoch und schlank, unwillkürlich kommt einem der Gedanke, dass man mit Leichtigkeit einen Knoten in dieselbe schlingen könnte. Die langen, schmalen Spuren ihrer Füße kann ich nicht sehen, ohne ein quälendes Gefühl zu empfinden. Ihr Haar hat einen rötlichen Schimmer, ihre Augen sind wahre Katzenaugen und wie stolz und hochmütig mag sie mit ihnen zu blicken. Vor vier Monaten, als ich eben erst meine Stelle angetreten hatte, sprach sie eines Abends lange in heftig erregtem Tone mit Decrier und so sonderbar blickte sie ihn dabei an, dass ich den Gedanken nicht loswerden konnte, sie habe ihm wenige Minuten vorher eine Ohrfeige gegeben und stehe vor ihm wie eine Tigerin vor ihrem Opfer, ohne ihn aus den Augen zu lassen. Seit jenem Abend bin ich in sie verliebt. Doch nun zur Sache. Ich war mitten auf der Promenade stehen geblieben und erwartete mit verhaltenem Atem die Baronin mit ihrem Gatten. Als sie auf fünf Schritte an mich herangekommen waren, zog ich den Hut und verbeugte mich vor ihnen. Die Baronin trug, wie ich mich erinnere, ein hellgraues Seidenkleid von ungewöhnlicher Weite mit allerhand Besatz einer Krinoline und einer Schleppe. Sie war klein von Gestalt und ungewöhnlich dick, namentlich fiel mir ihr fettes, überhängendes Kinn auf, das den Hals vollständig verdeckte. Ihr Gesicht war purpurrot, ihre Augen klein, boshaft und herausfordernd. Sie schritt mit einer Miene einher, als ob sie jeder Mann durch ihr Spazierengehen eine Ehre erwiese. Der Baron war ein hoher, dürrer Mann von etwa 45 Jahren. Sein Gesicht war in eigentümlicher Weise schiefgezogen und mit tausenden kleiner Fältchen bedeckt. Er trug eine Brille. Seine Beine schienen dicht unter der Brust zu beginnen, stolz wie ein Pfauschritt er einher. Dabei lag in dem Ausdruck seines Gesichtes ein Etwas, das entschieden an ein Schaf erinnerte und auf die Abwesenheit jedes tieferen Gedankens schließen ließ. Zu allen diesen Beobachtungen brauchte ich etwa drei Sekunden. Meine Verbeugung und mein Hutlüften erregten anfangs kaum ihre Aufmerksamkeit, nur der Baron zog die Augenbrauen leicht zusammen. Die Baronin schwamm gerade auf mich zu, als ob sie mich gar nicht bemerkte. Madame la Baron begann ich laut und deutlich, indem ich jedes einzelne Wort betonte, je l'honneur d'être votre esklave. Ich verbeugte mich wieder, setzte meinen Hut auf und ging an den Baron vorüber, indem ich ihm höflich mein Gesicht zuwandte und lächelte. Sie hatte nur verlangt, dass ich den Hut ziehen und eine französische Redensart aussprechen sollte. Alles Übrige, die Verbeugung, das Lächeln und so weiter, hatte ich aus eigenem Antriebe hinzugefügt. Weiß der Teufel, was mich dazu angestachelt hat. Es war mir zumute, als ob ich von einem Berge hinabflöge. »He!« rief oder krächzte vielmehr der Baron, indem er sich mit ärgerlichem Erstaunen nach mir umwandte. Ich drehte mich nach ihm um und blieb in höflicher Erwartung stehen, indem ich ihn dabei ansah und lächelte. Er wusste nicht, was er tun sollte und zog die Augenbrauen soweit es ging in die Höhe, während sein Gesicht sich mehr und mehr verfinsterte. Auch die Baronin wandte sich nach mir um und musterte mich mit zornigen Blicken. Die Spaziergänger blickten nach unserer Gruppe herüber, einige blieben sogar stehen. »He!« krechste von Neuen der Baron mit wütendem Gesichte. »Jawohl!« sagte ich gedehnt, indem ich ihm mit der unschuldigsten Miene in die Augen sah. »Sind Sie rasend?« schrie der Baron, indem er mit seinen Spazierstocke durch die Luft fuhr, zugleich aber, wie es schien, ein wenig ängstlich zu werden begann. Vielleicht machte ihn meine äußere Erscheinung stutzig. Ich war nämlich sehr anständig, fast elegant gekleidet, sodass er nicht recht wusste, was er eigentlich aus mir machen sollte. »Jawohl!« wiederholte ich plötzlich aus vollem Halse, indem ich das O möglichst in die Länge zog, wie ich es öfters von Deutschen gehört hatte. Baron und Baronin machten plötzlich kehrt und liefen ganz erschrocken, so rasch ihre Füße sie tragen konnten davon. Die Zuschauer maßen mich mit erstaunten Blicken und begannen ihre Meinungen über mich auszutauschen. Ich wandte mich ab und kehrte, als ob nichts geschehen wäre, zu Polina Alexandrovna zurück. Ich war jedoch kaum auf hundert Schritte herangekommen, als sie sich plötzlich erhob und sich rasch mit den Kindern nach dem Hotel zu entfernte. Ich eilte ihr nach und holte sie an der Freitreppe ein. Ich habe sie vollbracht, die Dummheit, sagte ich an ihre Seite tretend. Nun, was ist dabei? Sehen sie zu, wie sie sich aus der Schlinge ziehen, versetzte sie so gleichgültig, ohne mich anzusehen und stieg zur Terrasse empor. Ich verbrachte den ganzen Abend allein in den nahen Anlagen und kehrte erst um elf Uhr nach Hause zurück. Kaum war ich angelangt, als der General mich sogleich hinunterrufen ließ. Unsere Herrschaften bewohnten im Hotel vier Zimmer des dritten Stockwerks, von denen eins als Salon und eins als Kabinett des Generals diente. In das Letztere wurde ich beschieden und traf den General, wie er in ungewöhnlich majestätischer Haltung mitten im Zimmer stand. Decrier saß nachlässig ausgestreckt auf dem Divan. Mein Herr, was haben Sie da angerichtet, wenn man fragen darf, begann der General, indem er sich in strengem Tone an mich wandte. Ich wünschte, dass Sie ohne Umschweife zur Sache übergehen, General, versetzte ich. Vermutlich reden Sie von der Begegnung, die ich heute mit einem Deutschen hatte. Mit einem Deutschen? Aber dieser Deutsche ist eine vornehme Persönlichkeit ist der Baron Wurmerhelm. Sie haben sich gegen ihn und gegen die Baronin Grobheiten erlaubt. Durchaus keine Grobheiten. Sie haben ihn einen Schrecken eingejagt, mein Herr, schrie der General mich wütend an. Nicht im geringsten, antwortete ich gleichmütig. Ich habe mich nur der Frau Baronin in höflicher Weise bemerkbar gemacht, als sie wie eine Fregatte auf mich zuschwamm und mich Was? Sie wollen sich wohl noch über mich lustig machen, fuhr der General heftig auf und zu Decrier Gewand fügte hinzu. Sie sehen, er will sich jetzt auch noch mit mir anbinden. Decrier lachte verächtlich und zuckte mit den Achseln. Nun denn, um kurz zu sein, fuhr der General fort, indem er wieder an mich das Wort richtete. Der Baron hat mich im Spielsaale zur Rede gestellt, als er erfuhr, dass Sie zu meinem Hause gehören. Begreifen Sie jetzt, mein Herr, in welche Verlegenheit Sie mich durch Ihr törichtes Benehmen versetzt haben? Und ich musste ihn ihretwegen um Verzeihung bitten und ihm versprechen, dass sie noch heut mein Haus verlassen würden. Hat er das von Ihnen verlangt, General? Nein, ich selbst fühlte mich verpflichtet, ihm diese Genugtuung zu geben, um ihn zu Frieden zu stellen. Wir sind miteinander fertig, mein Herr. Dort liegen vier Friedrich Dohr und drei Gulden, die sie noch von mir zu bekommen haben. Die Berechnung liegt daneben. Ich werde sogleich den Kellner davon benachrichtigen, dass ich von morgen an hier im Hotel nicht mehr für sie aufkomme. Ich habe nur Ärger und Unannehmlichkeiten mit ihnen gehabt. Ich empfehle mich ihnen. Ich nahm das Geld, sah flüchtig die Berechnung durch, verbeugte mich kühl vor dem General und sagte in möglichst schneidendem Tone, Sie irren sich, Herr General, wenn Sie glauben, dass die Angelegenheit damit abgetan ist. Wenn Sie mit dem Baron Unannehmlichkeiten hatten, so sind Sie selber daran schuld. Wie kommen Sie dazu, diesem Baron gegenüber die Verantwortung für mich zu übernehmen. Was soll das heißen, ich gehöre ihrem Hause an? Ich bin einfach der Lehrer ihrer Kinder nichts weiter und sonst in jeder Hinsicht eine selbstständige Persönlichkeit. Ich bin 25 Jahre alt, habe als Kandidat die Universität verlassen, bin Edelmann und stehe ihnen gegenüber durchaus unabhängig da. Nur die Hochachtung, welche ich vor ihren Verdiensten habe, hält mich in diesem Augenblicke ab, von ihnen eine Erklärung darüber zu verlangen, dass sie sich in meine Angelegenheiten eingemischt haben. Der General war starr vor Erstaunen, als er meine Worte vernahm. Hören Sie doch, er will mich zum Duell herausfordern, sagte er zu dem Marquis, der laut auflachte und mich dadurch fast in Wut versetzte. Dem Baron lasse ich das jedenfalls nicht so hingehen, fuhr ich kaltblütig fort. Und da Sie General bereits für mich bei ihm das Wort ergriffen und sich dadurch zu meinen Mitschuldigen gemacht haben, so habe ich die Ehre ihnen zu melden, dass ich spätestens morgen früh den Herrn Baron ganz formell um Aufklärung darüber bitten werde, weshalb er, da er es doch mit mir zu tun hatte, sich an jemand anders gewandt hat, gesehen hatte. Der General wurde schreckens bleich, als er meine alberne Drohung vernahm. Wie, Sie beabsichtigen also, diese unselige Geschichte noch fortzusetzen? rief er mit komischer Ängstlichkeit. Und Sie gedenken gar nicht, wie mich das bloß stellen muss? Soll ich denn wirklich mit einem Wort soll ich, um meine Würde und auch die Würde des Barons zu wahren, die Polizei zu Hilfe Skandalmacher ausweisen lassen? Er war außer sich vor Ärger, aber sein Ärger wurde noch durch seine Angst übertroffen. Warten Sie jedenfalls, bis der Skandal da ist, General, versetzte ich ruhig. Eher wird man mich kaum arretieren dürfen. Beunruhigen Sie sich übrigens nicht unnützerweise. Ich hoffe mit dem Herrn Baron in aller Ruhe, ohne jeden Skandal fertig zu werden. Ach, lassen Sie rief der General, den meine finstere Miene erschreckte, indem er auf einmal zu bitten anfing und sogar meine Hände fasste. Denken Sie nur, was daraus werden kann, welche Unannehmlichkeiten für mich entstehen können. Ich muss hier so sehr auf meinen Ruf achten, namentlich jetzt. Oh, Sie wissen nicht, Sie kennen meine Verhältnisse nicht. Ich will sie ja wieder aufnehmen, wenn wir von hier fortgehen, aber jetzt muss ich darauf Rücksicht nehmen. Nun, mit einem Wort schonen mich, Alexej Ivanović, schloss er in ganz verzweifelten Tone. Ich begriff sogleich, dass der General, als er von seinem Ruf sprach, nicht den gewöhnlichen Ruf meinte, in welchen sich die Russen im Auslande gerne zu setzen suchen, indem sie eine gewisse vornehme Manier annehmen, der sie sich überall in den Hotels, auf Offenbar standen für den General ganz besondere Dinge auf dem Spiele, wenn er sich sogar dazu herab ließ, mir gegenüber einen bittenden Ton anzuschlagen. Ich ließ mich rühren und versicherte ihm, indem ich mich der Tür zuwandte, dass er nichts zu befürchten brauche und dass alles in Ruhe erledigt werden würde. Es lag mir übrigens gar nicht so viel daran, den General zu beleidigen. Ich hatte es viel mir auf Polina abgesehen, die mich so schmählich behandelt und zu all diesen Albernheiten den Anlass gegeben hatte. Ich wollte es erzwingen, dass sie selbst mich darum bähte, in meinem Beginnen einzuhalten. Ja, ich wollte ihr zeigen, dass ich durchaus kein so einfältiger Tropf war, wie ihr vielleicht scheinen mochte und dass ich es jedenfalls nicht schweigend hinzunehmen gedachte, wenn mich der erste beste Baron mit dem Spazierstock prügelte. Ich wollte mich einmal über sie alle lustig machen und als ganzer Kerl dastehen. Vielleicht erschrickt auch sie wie ihr Stiefvater vor dem Skandal und bittet mich sie nicht zu kompromittieren. Nun und tut sie es nicht, dann soll sie mich wenigstens einmal von anderer Seite kennenlernen. Als traf ich unsere Wärterin und hörte von ihr, dass Maria Filipovna, die Schwester des Generals, mit dem Abendzuge ganz allein nach Karlsbad zu ihrer Cousine abgereist sei. Diese Nachricht überraschte mich ein wenig. Ich vermutete sogleich, dass Mademoiselle Blanche dahinter stecke und dass wir in den nächsten Tagen ein wichtiges Ereignis zu erwarten haben würden. Die Wärterin fügte noch uns zu verlassen und dass vor zwei Tagen zwischen ihr und dem General eine ziemlich heftige Auseinandersetzung stattgefunden habe. Ende von Fünfter Abschnitt